Alex gibt jetzt vor wie er meint, dass man hier optimal über die Spagul drüftet und Remmo muss probieren, ihn zu probieren und wirklich den Blut zu lassen und dann auch auf den Weg zu sehen. Dann sehen wir's! Ja, da seh ich hier gut flügel am Gutsflügel hier drüft! Ich finde, da kann man das nicht machen, ohne dass man sich die Karosserie nennt ihr das? Junge, 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 Junge! Gebt ihm mal einen Sinn Applaus! Ich meine, ihr solltet sich mehr auf den Linkrad gemeint, aber trotzdem, ihr macht das ja auch gut! Klasse! Und Remmo bleibt dabei, ihr setzt ihn ganz schön unter Druck, den Namenkerl! Ich bin gespannt, was die Jury dazu sagt! Bössere Gruppen, glaube ich, die Remmo bleibt so unterliegen, die wir lieben müssen! Ziel, zweite Ziel durchfahren! Ich glaube, es gibt ein Ergebnis, was sagt die Jury dazu? Okay, wir haben heute ein Ergebnis! Drei, sieben für Remmo Nietzsche! Also, Alex hat in diesem Lauf drei Punkte kassiert, diesen Vorlauf auch, geht damit leider jetzt nach Hause, mit insgesamt sechs Punkten! Und Remmo Nietzsche ist leider ja insgesamt 17 Punkte!